Nee, wir dachten, dann bin ich wieder zurückgelaufen. Ach, Moment. Nee, das nicht. Was ist da? Ah, okay, alles klar. Joa. Zubi. Und langsam weiter. Oh. Wie hier so ein Wind entstehen kann, alter Schwede. Das ist ja echt heftig. Nur noch irgendwie springen oder was. Ach du Scheiße. Dann mal los. Lass die hier reinhalten. Schein Bruch. Und in das Loch hier rein. Ich krieg das Ding nicht auf! Jetzt, was wir müssen, ist nicht irgendwas abkommen. Sie ist hier! Hey, Frau! Nicht schief! Freunde! Die Wächter töten uns alle als Einbildner. Wer sind diese Wächter? Ah, nö, schon wieder so einer. So. Diese Arschmasen mit dem Schild. Okay, wir müssen doch hier irgendwie hochkommen, oder nicht? Nein, Moment. Ah, Moment. Ähm... Ah, hier kommen wir hoch. Oh! Der hat mich erschreckt. Ist hier noch irgendwo einer? Ich glaube nicht, weil... Hier weht es ja ziemlich. Und wir werden jetzt mal hier den Nippel durch die Lasche ziehen. Und die Glocke da... Weht schon mal ein bisschen doller. Das Ganze machen wir hier jetzt auch noch mal. So, jetzt geht die schon mal in die Richtung. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal kurz in den Rand ziehen. So, und dann wird die nicht beschleunigt. Scheiße. Falsch. Die Maustrappe benutzen. Ich meine, wir müssen da einfach nur halt mal... ... 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 Hier können wir nix mal aufmachen oder so? Nee. Ja, wir müssen mal eben kurz zuhören. Aber eigentlich brauchen wir doch den als Hilfe, weil sonst... Das ist nix. Okay. Jetzt noch ein Schwingen da hin. Nee, das wird doch so auch nix, Mann. Ich glaube, wir müssen die Pelle ja auch fahren, aber mir wird das trotzdem nix. Aber diese scheiß Glocke muss da ja irgendwie runterfallen. Vielleicht immer nur ein Fenster? Vielleicht immer nur ein Fenster? Aber ich wüsste nicht, wieso wir nur ein Fenster haben. Ich verstehe nicht. Ich dachte, ich muss die Glocken da hinbekommen. Okay. Soll ich die Balken also kaputt machen? Das ist ja klar, ja. Dann ist auch Sinn. So, jetzt baue ich hier wieder auf. Dann haben wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Dann haben wir Säuche. Dann haben wir die Glocke da eingebaut. Oh nein. Hoffe ich hier noch was. Dann sind wir da hin. Ich bin hier auf der anderen Seite. Dann haben wir die Glocke da hin. Ich bin in den Mote und geschossen. Ey. How cool. Ja, genau. Gestört. Alle in den Wecken gewöhnen. Scheiße, ich muss sofort hier raus. Mit der Glocke müsste er es gehen. Ja, aber... Ach, okay, jetzt noch mal beide. Glaube ich jedenfalls. Und dann noch mal voll Kontrast. Ja, voll. Da hätte sie ja wieder auch ein bisschen von mir das erste Mal. Das war ja ungefähr. Ja, voll. Ja, voll. Heeeey. Ich habe einen Play-Up-Lane. Ich habe einen Play-Up-Lane. Okay. Okay. Wee. Kutsche! 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 Kutsche auch noch, glaub ich mal. Ja, wir haben's ja bald. Wir haben's ja bald. Hallo! Hallo! Sam! Hallo! Sam! Hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich hab das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich hab ne scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Ja, wahrscheinlich, dass sie kein Funkgerät hat. Dass sie ein Funkgerät hat. Ja, ich... Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komm zu dir. Und wir gehen zusammen ran. Wahrscheinlich, dass sie neue Feuerkönigin werden. Wahrscheinlich soll sie neue Feuerkönigin werden. Oder Sonnenkönigin. Mein ich. Ah, ein Neufähigkeitsbruch. Gerade als ich sagte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache. Und ihre Geräusche waren fast... Unmenschlich. Scheiße. Halt dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber... Daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Und das werden wir jetzt auch. Jetzt können wir anderen Leuten Dreck ins Gesicht schmeißen. Das ist auch mal ganz schön. Und wir laufen einfach immer der Nase nach. Das Zeug ist echt gut. Wenn du betrunken zur Zeremonie kommst, dreht Zaten und feierst dich um. Hey, ich krieg das schon hin, solange du den Mund hältst. Man kann sich mal eben noch ein anderer umdrehen. Ich hab gehört, sie hätten ein paar Frauen aufgegriffen. Ja, und eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kehren wir endlich hier weg. Bleib locker, es ist doch immer dasselbe. Ein armes Mädchen verbrennt und es geht weiter wie vorher. Mann, ich hab diese Insel so satt. Ich will einfach... Hilfe, schnell! Oh, jetzt kommt wieder der Arsch auf den Scheiß. Äh... Ja, genau. Hallo? So... Leckt mir doch die Nusschen. Ey, wie krieg ich diesen Wichser da nicht? Stör mal. Dieser Wichser. Ich wollte gerade springen, aber das lass ich mal lieber. Ich geh mal lieber auf Nummer sicher. Ich glaub nicht, dass ich da rüber gekommen wär. Wo ist dies? Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual. Das ist so krank. Hör zu. Ich komm und hol dich. Ich werd dich da rausholen. Bitte, bitte, hilf mir, Lara. Ich versprechs dir. Ich versprechs dir, Sam. Hey! Sie hat doch eine Unterricht! Sam! Sam! Lass sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine! Lass sie sofort in Ruhe!